Und auch das Zitat von Matarazzo von der Pressekonferenz. We play to win. Und so sieht es einfach aus. Und ein Moinzen zum Video vorm Spiel am Samstag in Bielefeld. 15.30 Uhr wird angepfiffen. Ansetzung der Spieltage ist ein bisschen her. Ich wollte es aber hier mit reinnehmen und nicht in die VfB-News packen. Vier neue Spiele wurden angesetzt. Berlin, Wolfsburg, Bayern und Köln. Nur noch letzter Spieltag ist in dieser Saison der schöne Samstag 15.30 Uhr Parallelspieltag. So, letztes Jahr waren noch die letzten beiden. Jetzt noch der allerletzte ist schade drum. Schade drum auch für alle Auswärtsfahrer nach Berlin. Ich meine, es werden noch genügend ihren Weg nach Berlin finden. Aber die Ansetzung ist wieder, kann man unter Kategorie Spaß von der DFL bewerten eigentlich. Weil Sonntag 17.30 Uhr ist, glaube ich, auch die weiteste Fahrt für Auswärtsfahrer an dem Spieltag. Und das legt man dahin, weiß ich nicht. Während Wolfsburg ist für mich ein bisschen kacke, werde ich wohl in der Vorlesung hocken. Also ja, hätte ein bisschen besser laufen können. Gerade auch vielleicht für die Auswärtsfahrer und diesen ganzen Sonntag spielen. Aber so ist es. Neue Marktwerte. Transfermarkt.de hat die Marktwerte aktualisiert. Haben hier mal so die größten Veränderungen mitgenommen. Müller ist von 8 auf 6 runter. Anton ist von 7,5 auf 6 Millionen runter. Und Fahir von 4,5 auf 3 Millionen runter. Ein bisschen hoch ist wenigstens führig. Von 2,5 auf 4 Millionen. Und auch TBD ist von 700.000 auf 1,2 Millionen hoch. Und die dicken Brocken sind einmal Mangala von 20 auf 15 Millionen runter. Und Silas halt vor allem. Ganze Verletzungen. Auch die Leistungen in den 8, 9 Spielen, die er glaube ich hatte, waren auch nicht so der Wahnsinn. Von 25 Millionen auf 15 runter. Das tut schon echt weh. Es werden geile Wochen. Absolut. Wir haben uns erstmal am Samstag Bielefeld am Start. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich habe sehr, sehr Bock auf den Stream zusammen. Danach Freitagabendspiel. Flutlichtspiel. Gegen den BVB. Mit so einem riesen Antrang, dass die Tickets nicht mehr in den freien Verkauf gehen. Wir haben, so wie es rum steht, so ca. 3000 Karten noch übrig. Und da die kommt keiner in den freien Verkauf. Das sind alles Mitglieder, Dauerkartenbesitzer oder eben OFCs davor oder eben die Mini-Dauerkartler. Das ist krass. Das hatten wir, glaube ich, schon länger nicht mehr. So einen Antrang. Und natürlich auch die BVB-Fans werden ihren Block auch ordentlich füllen. Auch die Ultras kommen da zurück. Das wird von der Stimmung ein ganz, ganz großes Kino, glaube ich. Das wird ein Festtag. Die Woche drauf bin ich in Mainz. Habe ich auch sehr, sehr Bock drauf. War ich auch noch nie. Auswärtsspiel eh immer geil. Und dann vielleicht auch nach Berlin. Ich muss mal gucken. Vielleicht fahre ich hin. Muss ich spontan gucken, wie es da aussieht. Motto Auswärtsfahrten. Ja, die Kanjakova hat veröffentlicht. Erstmal Nummer 1 ist auch das erste Motto für die erste Fahrt in Bielefeld, dass die komplette Kanjakova wieder zurück ist im Auswärtsblock. Auch zu den anderen Spielen gibt es immer jeweils ein Motto im Kampf um den Klassenerhalt. Auswärtsblock voll in Bielefeld. 2600 Fans haben das Ding ausverkauft. Das wird eine geile Stimmung auf der Alm, weil auch die Bielefeld-Fans wieder zurück sind. Das wird ein sehr, sehr geiles Ding. In Mainz ist dann das Motto Südamerika-Mottofahrt. Das ist wie vor zwei Jahren beim letzten Sieg in Bielefeld auch. Das ist auch so ein bisschen eine Parallele. Es soll so viel bedeuten, steht online zumindest so drin. Viel Konfetti, Luftballons, Regenschirme, so Geschichten. Bin mal gespannt, was das heißt. In Berlin sollen alle in Rot anreisen und bei den Bayern im Trikot. Das wird auf jeden Fall ein geiler Support. Alles Gute. Ja, zuletzt hat man 95 Jahre Kommando Cannstatt am Start. Da auch die schöne Choreo gegen Augsburg. Nun haben wir 20 Jahre Schwabensturm 0-2 am Start. Auch hier alles Gute. Und vielleicht kommt da ja auch eine Choreo gegen Dortmund oder irgendwo mal auf eine Auswärtsfahrt. Weil, muss man auch dazu sagen, deswegen spreche ich auch gerade an, ohne diese Ultras, ohne diese Fanclubs, whatever, hätten wir nie im Leben so eine geile Stimmung im Stadion. Das hat man gerade während den Corona-Spielen gemerkt. Torloser Aufbaugegner. Ja, ist so ein bisschen eine Selbstbeschreibung. Es geht gegen und nach Bielefeld. Das ist nicht einfach. Und wir haben da drei Niederlagen am Stück gegen Bielefeld. Letzte drei Spiele auch dann ohne eigenes Tor. Das 0-1 in der Hinrunde zu Hause. Letzte Saison, letzter Spieltag auch 0-2 verloren. Und da haben wir in der Hinrunde in Bielefeld 3-0 verloren. Also da gibt es einiges aufzuarbeiten. Wir sind da gerne im Aufbaugegner gegen Bielefeld. Oftmals schlecht ausgesehen gegen die. Das gilt sich zu verbessern. The trend is your friend. Und ja, das hat, glaube ich, Rummenigge damals gesagt oder Hoeneß. Irgendwer hat es rund um diese PK gesagt, 2018, die legendäre, mit dem Rundumschlag gegen die Presse. Und alles, was irgendwie gegen die Bayern war damals, grandios. Erinnern uns, glaube ich, alle dran. Aber spricht eben für uns. Genau dieser Spruch ist die Aktualität, sind die Leistungen, was für uns spricht. Wenn man nach diesem Trend geht, sollten wir das Ding gewinnen am Samstag in Bielefeld. Wir haben vier in den Lagen am Stück auf der Bielefelder Seite. Enttäuschende Leistungen durchaus mit dabei. Und wir eben sieben Punkte aus drei Spielen geholt. Gladbach gewonnen, Union Unentschieden, Augsburg gewonnen. Und auch das Zitat von Materazzo von der Pressekonferenz. We play to win. Und so sieht es einfach aus. Was aus der PK? Ja, das ist eine komplett affige Überschrift eigentlich. Aber ich schreibe mir gefühlt in jedes Skript hier rein, was aus der PK mit reinzunehmen. Und diesmal haben wir wieder, ja, keine guten Gründe. Wir haben Gründe, was mit reinzunehmen. Nämlich ein kleines Verletzungsupdate. Warum denn auch nicht, ne? First Up, keine Option. Eklow fällt aus. Idawi fällt aus. Ito ist immerhin fit und ist auch eine Option. Mamusch ist fit und einsatzbereit. Nur was wirklich böse ist, Brona Sosa steht auf der Kippe mit Addukturenproblemen. Das Armin-Tuber-Video. Genau, weil wir haben ja schon ein Video online. Schönen Gastvorbericht mit dem guten Angelo vom Kanal Armin-Tuber. Und der hat natürlich auch viel mehr Ahnung von Bielefeld. Ist ja logisch, deswegen würde ich das Video gerne nochmal abchecken zum Spiel. Alle Links, alle News, alle Bilder, whatever. Alles verlinkt in Sammelink. In der Videobeschreibung wisst ihr Bescheid. Wie auch bei den VfB-News. Und immer bei mir. Ich habe alle Quellen immer schön am Start. In der Videobeschreibung wisst ihr Bescheid. Da bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.